Was glaubt meine Cousins? Meine zwei Kunden haben ihren Zug verpasst. Also dachte ich, ich tu dem Rest was Gutes und hol sie ab. Und da sind sie schon. Einsteigen bitte. Erzähl mal was, wie kommst du? Wir fangen schon hier an. Die Tape haut oben ein bisschen Kürzen. Endlich angekommen. Erstmal die Brille weg. Du wolltest es in Taper, ne? Ja. Bist bereit? Ja. Wenn die Maschine zu heiß ist, sag Bescheid. Fabian, halt deine Schnau... Ja Fabian, halt die Schnau... Und das erste Mal vor Kamera. Das erste Mal sollte immer was Besonderes sein. Deswegen bin ich auch zu dir gekommen. Was machen die Chayas? Natürlich. So viele Chayas. Warte, das kommt noch. Digga, hat der Chayas? Der hat bis jetzt seine Kuisine im Arm. Meine Haare sind immer frizzy. Hast du irgendwas dagegen? Weißt du was dafür gut ist? Crispy Glanz. Das bendigt deine Haare und lässt sie noch mal etwas lebendiger aussehen. Erzähl mal, was machen wir hier oben? Warum nur die Spitzen schneiden? Hier bist du dir sicher, dass wir nicht mehr abschneiden sollen an der Seite. Nein, passt. Dann sag mal, was fehlt uns noch? Crispy Glanz. Einmal die große O. Das war's.